Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr euren Fingerhut aussieht und was ihr generell bei dieser Pflanze beachten solltet, falls sie in eurem Garten nicht überhand nehmen soll. Viel Spaß beim Schauen. Der Fingerhut Botanisch Digitalis purpurea ist eine zweijährige krautige Pflanze. Zweijährig ist sie deshalb, weil sie im ersten Jahr eine Blattrosette bildet und dann im zweiten Jahr erst ihre Blüte ausbildet. Diese Pflanze hat also eine Lebensdauer von zwei Jahren. Möchtest du die Pflanze, die auch sehr gerne von Bienen und Hummeln angeflogen wird, langfristig in einen Garten haben, solltest du die verwelkten Blütenstände im Sommer unbedingt stehen lassen. Es bilden sich im Sommer hinein Kapseln, die den zahlreichen Samen des Fingerhuts enthalten sind. Irgendwann brechen diese braunen Kapseln auf und die Samen können herausfallen oder werden bei Wind herumgeweht. So vermehrt sich der Fingerhut im ganzen Garten von selbst, vorausgesetzt dein derzeitiger Standort gefällt ihm. Fingerhüte fühlen sich im Halbschatten beispielsweise an Gehölzrändern am wohlsten. Natürlich kannst du auch nachhelfen, indem du die Samenstände schüttelst oder ausklopfst. So kommen besonders viele Samen auf den Erdboden und können dort keimen. Danach kannst du die gesamte verwelkte Pflanze aus dem Boden herausziehen. Möchtest du allerdings verhindern, dass sich der Fingerhut im ganzen Garten breit macht, solltest du hier und da die Blütenstände direkt abschneiden, bevor sich die Samenkapseln bilden. Möchtest du den Fingerhut umsiedeln oder ihn in einen anderen Teil des Gartens integrieren, dann empfiehlt es sich, die Samen in einem Gefäß oder einer Tüte zu sammeln und sie dort auszustreuen, wo sie gewünscht sind. Da die Fingerhutsamen sehr klein und zahlreich sind, empfiehlt es sich, sie mit etwas hellem Sand zu vermischen, da man diese nicht zu engmaschig aussäht. Du kannst die kleinen Samen auf aufgerauter Erde aussehen oder sie entweder ganz fein mit Erde bedecken oder einfach nur leicht andrücken. Wir würden letzteres empfehlen, da der Fingerhut ein Lichtkeimer ist und die Samen entsprechend Licht brauchen, um zu keimen. Viel Spaß und Freude bei deiner Aussaat. Wir hoffen, dir hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schau dir auch gerne unsere weiteren Videos zu den verschiedensten Themen der Gartenwelt an, beispielsweise Gemüseanbau oder Gartenbewässerung. Falls du dir ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schaue gern in unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.